Wobei die Kampffähigkeit ist tatsächlich nur, weil ich mich jetzt gerade erinnere, dann das Leben, dass die halt einfach sehr viel stärker sind und nicht so schnell kaputt zu machen sind. Warum komm ich jetzt hier nicht lang? Wieso ist denn hier ein Berg? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe mich komplett verritten. Ein Krieger hat sich die Foto angeschlossen. Oh, das ist jetzt nichts. Okay, dann kann ich von Frodo mal einen nach Gimli schicken. Okay. 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 Sag nicht, da ist jetzt schon wieder ein Berg. Komm doch irgendwie hin, ne? Ah doch, wir, oder? Hier durch. �ah. Dann kann ich es vielleicht nicht mal zu müssen. es ist hier vorne wo wollte ich denn hin ich bin ja ja erst die hunde die straßensperre und dann ich sehe es käme gar nicht nach vorne das ist irgendwie schwieriger nicht an den punkt zu kommen als ich dachte so da 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 sind auf Wäre schon gut, wenn ich das Camp hier bin. Das ist ziemlich nah an meinem Gebiet. Wobei ich ja eigentlich hier die Sachen machen wollte. Und ich wollte ja eigentlich noch große Missholen. Da ich jetzt gerade in der Nähe bin, hier mache ich das Camp. Wo ist denn das? Komm schon. Okay, dann könnte ich eigentlich hier so wieder da hoch. Komm ich hier? Ja, da hoch. Okay. Ich würde aber vorher mal auf Toilette gehen. Haben wir hier irgendwo ein Camp in der Nähe? Ah, aha. Habe ich es auch schon mal irgendwie angemacht. Okay. Nee, hier wird schon nichts passieren, ne? Dann machen wir hier kurze, kleines Position. Und hier, ja. Ich bin gleich wieder da. Was ich gerade eben gefragt habe, ob das hier unten überhaupt die Grocery Farm ist. Jackson fahrt auch Grocery. Okay. Ah ja, gut, nee. Ich dachte, die wäre irgendwie weiter hier gewesen. Mhm. Okay. Nee, aber jetzt mache ich erst mal das Camp drum. Okay. Wie bleibt ja. Okay. Okay. Yeah, okay. Okay. Okay, Хотел. Ach, warte mal. Hier war ich doch schon mal. Ich glaube, ich bin hier gestorben. Vielleicht nicht so. Oder war das woanders? Ich glaube, hier habe ich einen Krieger verloren. Ja, ein schönes Haus da hingebaut. Ich glaube, ich bin hier gestorben. Die sehen das. Also der würde das, glaube ich, sehen, wenn ich den jetzt hier weghole. Ich werde natürlich einen Headshot versuchen. Und dann Tomahawk. Ich glaube, das ist schon so, ich denke. Ich glaube, das ist schon so, ich denke. Das sind auch nicht so wenige, meine ich. Ich glaube, das ist schon so, ich glaube, das ist schon so, ich glaube, das ist schon so. Das ist eigentlich die Rast. Das ist so, kann man ja in der Nähe von Camps und Außenposten. Okay, habe ich ja nie gebraucht. Ach ja, stimmt. Man kann ja auch den Feind locken. Das hätte ich vielleicht vergessen. Aber das hätte ich machen können, um die Leute hier rauszulocken. Möchte ich die mal locken? Vielleicht kommt ja einer. Kann ja nur gut gehen. Das ist der Typ, der hier holzkackt hat. 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 Ich glaube, ich bin zu weit weg. Okay, ich chill jetzt hier irgendwo und gucke nochmal, ob ich das mit dem Steinbetäuben gelernt habe. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Hier. Ah, guck mal, ein Speer. Ein Speer würde den Gegner lautlos töten. Das ist ja interessant. Ein Tomahawk auch, obwohl Tomahawk wurde gehört, denke ich. Ja? Oder Tomahawk 1. Tomahawk 2 wäre dann lautlos. Der Rufbereich erhöht sich bis zu 15%. Okay, Tomahawk 1 ist noch nicht lautlos. Ich würde gerne Bogenschießen auf lautlos haben. Das gibt es, glaube ich, nicht. Schade. Ah, wo ist denn der Stein? Hier. Nee, das kann ich auch nicht betäumen. Ich habe auch nicht genug Punkte. Okay. Ruf neutralisieren. Ich habe einen guten Ruf überall. Ja, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Ach, schön. Der Regen ist weg. Oh, ist nacht. Ja, schön. Ich glaube, die sind noch alle zu aktiv hier. Legt euch mal schlagen jetzt. Was? What? Hä, wir haben nämlich den gesehen. Louis, hopp. Hat der... Ich hatte die einmal auch im Rücken Augen, glaube ich, ne? Ich sehe ihn auch. Ich war doch eigentlich ein direkter Blickkontakt zu jemandem, oder? Weiß es noch nicht. Okay. Ich sehe dich. Okay. Wow, Höchst. Ja, genau. Okay. Sehr. Ich sehe ihn auch zu保 ready, Ja, minimal ist es trotzdem extra matter. ich habe eine kantine und eine große motorbeck betrunken jetzt bin ich erst nicht mehr lustig wir sind am steiner mit dem rücken zu mir oder ja das nicht lautlos egal nicht Leute, sie sind hier! Scheiße, da war ein Baum noch zu schnitzen. Halt die Klappe! Bleib still! Ui! Ich war zurück, so weit weg, dass die das Geld haben. Die Klappe! 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 Der guckt mich jetzt glaube ich an, oder? Ich glaube, ich treffe von hier, oder ist das Zeug weg, bin ich sicher. Ja. 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 In einem Haus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 All right, guys, it's a body! Here they are! Scheiße. Ich wollte den fassen. Dass der sich denn auch genau da umdreht, ey! Ich bin nicht schnell, glaube ich, bin dran geschlichen, ne? Ich habe mich trotzdem eben gehört. Nee. Das zweite Mal tot, glaube ich, ne? Einmal am Eisenbahnwagen und jetzt hier. Und die haben jetzt wahrscheinlich auch gestoppt. Ich würde gerne sagen, das ist ein Drogen, die Besteckung, ja. Gut, ich bin hier. Oh, ich habe einen Drogen noch. Das ist gut. Aber die Pfeile waren noch weh. Hä? Ich hatte doch nachgemacht, oder? Und ich hatte das abgebrochen. Und ich hatte das abgebrochen. Okay. Okay. Ich habe einen Drogen. Ich habe einen Drogen. Ich habe einen Drogen. Warte. Heavy-Ereo. Einstieg. Oh, steht. Heavy-Ereo. Großer Krieger-Strucker noch. In der Lege fallen. Ja, da würde ich mir so lange, weil ich einen anderen Fall habe. Ich weiß nicht, ich muss das Camp jetzt irgendwie. Was ist denn das jetzt für eine Stärke hier? Camp 4. Das war voll 5. Oh. Opa geht nach Kamero. Ich hoffe, die finden mich jetzt hier nicht. Wo ist die Straße? Die Richtung. Ich muss mich aufstocken hier. Wo waren die Pfeile? Oh. Wir nehmen wir doch hier einen. Wo ist ein Bogen? Oder? Herr behavi MDR. Peep. Cool. noch mal und dann ja muss ich auch stellen wir uns bringt das nichts wenn er überhaupt noch die bieren oder blätter rechtes ding es werden die sich jetzt schon noch sammeln gehen hat nur ein froh wenn ich funktioniert dass wir das nicht sammeln gegangen sind aber haben ja die gehen bären sollen noch nie so ich habe essen trinken hier immer noch zwei große die ganze zeit drin rum liegen vielleicht brauchen die stärker die werten mehr groß wie es bei vorhaben die zwei großen respekt dessen was habt ihr denn für eine fähigkeit sieben dass die bräuchten hier mehr großen ist wenn ich drei oder vier dass sie das dann jetzt ja oder die haben einfach die höchste fähigkeit sieben ich habe sie die höchste fähigkeit ja hier nur zwei dann würde ich jetzt warte mal ich würde aus augen die große riesen nehmen und bei vorn reinpackt wenn ihr das wenig wissen ja noch zwei große riesen Ja, misst ihr das nicht? Sehr durstig. Ja, ich habe ja ein paar Sachen genommen. Und etwas Hunger. Ich denke, die Melone wird dann den Wurst hoffentlich löschen. Mit dem Hunger. Tees habe ich noch nicht gehört. Nee. Tees. Ich meine, ich hätte noch irgendjemand anderen aufgetragen, Tees zu machen, oder? Ja, hier habe ich nachgemacht. Ich guck mal, irgendjemand anders auch noch Tees hat. Tees. So, soll ich mich jetzt noch mal da dran versuchen? Und ich habe auch noch Zeit. Ich muss eigentlich rufen, eine Viertelstunde. Das heißt, das Cape hat mich schon wieder besiegt, ne? Ich meine, ich bin davon. Einfach zwei Gruppen hier unterwegs. Die wollen nachkam, Kamero Farm. Die kommt von hier. Das heißt, irgendwo ist die Farm hier. Warum haben die da gehalten? Ich gehe die zum Rausspionieren. Ich muss eigentlich mein Pferd irgendwie, die Kammern, ja, beschlagen zurückziehen. Ach, ich habe die ziemlich gut auseinandergenommen, ne? Außer, die haben ja jetzt halt wieder Nachschub bekommen. Ach, voll blöd, dass der sich umgedreht hat. Und dass ich halt auch überhaupt gar nicht getroffen habe mit meinen Kriegsbogen, meinen schweren Pfeilen. Ich habe genau auf den in die Mitte gezogen, aber irgendwie... Die müssen wir eigentlich mit Pfeilen durchlöchert sein, aber ich habe die nicht gejuckt. Die sind weg, ne? Guck mal, die gehen querfalt ein, die kleine Scheiße. Jetzt sind sie weg. Die Rotmaps sind ja auch gar nicht. Äh, die Rot... Blocks. Nicht Map. Rot Blocks. Die wollen zu welcher Farm? Die wollen nicht zu Jackson. Kamera, irgendwas Farm war das, ne? Das ist das hier. Wer will, ist das? Tuino, Eisenbahn, Schützungslager, Mutkirchere. Hm, weiß nicht, ne? Wollen die jetzt hier hin, oder wie? Wie ruhig hat sich verändert? Oh Gott. Ich will, dass hier sein Pferd verloren. Ich will, dass hier sein Pferd verloren. Ich schütze in den Fingern den einen da zu holen. Der geht auch so alleine. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung der guckt. Ich drehe diesmal nicht um. Warte, warte. Lass mich dir sagen, was ich weiß. Ueno Eisenbahnanschützungslager hat eine Gruppe aus, um Wurzeln zu sammeln. Ach, ich habe es ja schon gesehen. Das ist alles mit, töte mich nicht. Gut, das ist der Grund, warum sie meine Leute töten. Und ich werde Queen Eisenbahnanschützungslager zeigen, wie meine Rache aussieht. Richtig. Oh, das ist gut, ist denn hier? Es hat eine Gruppe gibt. Ach, okay. können wir haben 22 war ihm einer der holz nachgelegt und hatte ich nicht markiert bin ich doch wieder hier nur zehn minuten habe ich noch das schaffe ich bestimmt in zehn minuten erzählen aber er war keine falle mehr traurig und und auch im leben belohnung geführt für ziel 1700 irgendwas machen ach so das war wegen rache überladen kann ich überladen sei nach wenig scheiß gewähre ich bin ich mein pferd müssen direkt nach vorne sein wie geht nicht er ist überladen 12 12 wo ist denn der jetzt in der ihr stand und 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 Alles gut, ne? Ich habe auch gerade ein Tier getrunken, deswegen fühlt sich das wieder auf. Also ich meine, ich hätte noch einen gehabt, der nicht markiert war. Dann müssten das die zwei sein und vielleicht noch der eine nicht markiert, oder? Dimmi, ich habe von Dimmi getötet. Das ist die andere Gruppe, ne? Ne, das ist Grüner. Oh, lecker. Ich muss hier nur rot. Vokane hinmachen. Vokane, pass auf. Die kommen jetzt aber alle. Vielleicht haben sie die Legende gemacht, dass die jetzt... Ne? Achtung! Achtung! Oh, pass auf. Nein, das ist gut. Nichts, das ist gut. Was ist das? Nicht. Oh mein Gott. Holy shit. Da war noch einer rechts von mir. Da war noch einer rechts von mir. Oh mein Gott ist auch geschwommen. Oh no. Wie alle meine Krieger drauf gehen wegen diesem Schatz nach. Ich weiß halt nicht, ob es möglich ist, direkt eine Kriegspartei auf einen bestimmten Punkt zu setzen. Angriffssende. Geht das? Und wer macht das jetzt? Ich habe heute das Lager, um dort angreifen zu können. Achso, was ist das denn für eine Stufe? Hier. Sehe ich gar nicht, was für eine Stufe das hier ist. Der ist jetzt auch draufgegangen, ne? Ja, es sind nicht mehr viele Krieger übrig. Bisschen die Metzl. Aber ich will das jetzt hier auch nicht aufgeben. Ich bin so kurz davor, das aufzulösen. Oh, die Gruppe ist echt mies, ne? Die nimmt hier einen nach dem anderen meinen Krieger. Der Ruhscher freie Schriftbaromaster. Ja, genau. Das ist auch gut. Von meiner Frau liegt da noch. So, irgendeiner muss jetzt hier noch sein. Wer der mir rechts in die Flanke gefallen ist, die Sau. Oh, da steckt ein Pfeil. Das ist mein, glaube ich. Richtig? Ah. Oh, da sind noch mehr Pfeile. Ne, ich weiß, was es ist. Ja, ich habe es geschafft. Ich werde jetzt aber erst mal... Die Gruppe ist durch, ne? Ne, das sind noch vier Leute. Bei meinem Büro sind es vier. Und Gimini sind es noch zwei. Und Aragon ist nur noch einer. Ja, es läuft, ja. Die wollen da hin, diese kleinen... Was wollen da hin? Okay, die sind hier, Herr Langung. Da sind die, glaube ich, hier. Ein bisschen rot. Bokade machen oder hier. Jetzt haben die sich hier erst mal eingehen. Das heißt, als nächstes mal muss ich unbedingt die Gruppe machen. Und hier nochmal Straßensperren machen. Am besten einmal hier und einmal hier, dass ich ganz sicher gehe. Und im Grunde dann auch, wenn die ganz gut versucht zu kommen, hier auch nochmal... So, war hier. Kommen die hier so rum, ne? Dann müsste ich hier auch nochmal eine rote... Bokade machen. Durch den Straßen spielen. Ich hoffe, die Nisten jetzt hier erst mal eine Weile, dass ich hier in Ruhe den Zweck rausblündern kann. Aber nee, das werde ich mal abbrechen. Was wollen wir die hier gerade machen? Ah, okay. Kommt mal zurück ins Lager. Rude würde ich gerne einen hier rüber senden, aber der läuft dann direkt hier durch. Das geht nicht. Das heißt, wir müssten... Nach Argon kann ich den auch nicht schicken. Oh, hier sind wir noch Pfeile. Nee, das ist es nicht. Und Gimli. Medium Eros. Ja, kann es auch nicht. Ja, dann geht man zurück ins Lager. Solange die hier so rumlaufen, ist das nicht so gut. Wenn ihr alle sammeln seid. Aber wenn ich das jetzt hier anklicke, kann ich das nicht angreifen. Abgränen muss die Lager. Okay, dann müsste ich auch noch die Lager abgränen, ne? Dann müsste ich es mir... Wie noch immer dann zum Angreifen griffschicke. Ich hoffe, dass dieser Angriffsbutton... Das Sammeln über Lager, dass die das Sammeln dann sein lassen und dann erstmal angreifen gehen. Das ist mir halt praktisch, ne? Kriegspartei erstellen. Vielleicht muss ich auch sowas da machen. Um die dann irgendwo hinzuschicken. Bei Lager sind jetzt nur noch drei. Ich bin ja auch nur noch drei. Ich bin von Frodo ein, nach Gimli schicken. Komm. Okay. Ja, da sehe ich beim nächsten Mal, ne? Was ich dann mache. Ich würde dann hier das Lager auflösen und hier in den Nieren Feuer machen und dann erstmal das ganze Zeug in Camps packen. Vielleicht finde ich ja hier was Gutes. Ich muss aber irgendwie speichern, aber vielleicht kann ich hier vorne speichern. Ja. Ich habe mir eigentlich irgendjemand einen Schatz gesagt hier. Weiß ich gar nicht. Nee, ich bin auch gestorben zwischenzeitlich, ne? Wenn, dann ist es wahrscheinlich jetzt weg. Okay. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Sieht nicht so gut aus wie meine Games. Aber schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, was soll man für eine Tageszeit, die ihr gerade habt, ne? Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, so was von euch bei YouTube. Und hier beim Stream einen schönen Abend und eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.